Befreien wir den anderen Zwerg. Wir wissen ja im Gefängnis sind eh alle anderen tot. Toll, bleibs jetzt einfach hier hicken, äh, hocken. Du bist eine große Hilfe. Auf der anderen Seite dieser Öffnung ist alles voller Lava. Alleine komme ich nicht raus. Aber du? Lava scheint dir nichts auszumachen. Meinte jedenfalls unser gemeinsamer Bekannte. Der gestaltwandelnde Jotun? Der, der mich hereinlegte und von einem übermächtigen Hammer redete? Ach, die olle Kamelle! Wenn du den echten Hammer willst, trag mich durch diesen Tunnel. Oh. Warum könnt ihr alle nicht selbst laufen? Warum die Kraft des Rahmens? Stimmt doch gar nicht. Ich habe doch eine andere Kraft ausgerüstet. Ach, das ist ein Fehler. Wahrscheinlich, weil ich gerade die Ausrüstung nicht hatte. Den nächsten Bug gefunden. Ach, deshalb sagt er immer Tastatur. Weil die Maus hier die ganze Zeit sich mal ein bisschen bewegt. Jetzt soll es die richtige Kraft sein. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Jaaah! Oho! Heiß! 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 Sei leise, sonst lass' ich dich fallen! Ah! Komm, Herr Habener! Zeit zu gehen! Es wäre so schön konsequent. Komm, Herr Habener! Zeit zu gehen! Wenn ich Schaden bekommen würde in der Gestalt im Wasser. Hallo, Horki und dir auch schönes Wochenende. Riechst du das, Herr Habener? Der süße Duft der Freiheit. Und das haben wir dir zu verdanken. Was hast du verbrochen? Außer ein Zwerg zu sein, der Eindringlinge bekämpft? Was für Eindringlinge? Ich bin Schmied. Kurz bevor unsere Lande angegriffen wurden, bewaffnete ich allein ein ganzes Heer. Die Tapfersten aller Zwerge. Clans legten ewige Fäden bei und schlossen sich gegen die Feuer- und Eisriesen zusammen. Doch am Ende half alles nichts. Sie sperrten mich ein. Sie sagten, ich solle Waffen für Muspils Volk machen. Ich antwortete, ich würde eher sterben. Und wegen des Hammers? Ich weiß. Nur ein Luftschloss. Aber immerhin ein gutes. Du tatest all das in dem Wissen, dass der Hammer erfunden war? Ich verstehe, warum man dich den Erhabenen nennt. Hallo, Dragon. Vor allem sind alle Zwerge irgendwie Schmied. Schmied oder Säufer. Was anderes triffst du nicht. Kannst du bitte noch ein bisschen näher rangehen? Ich will keine nasse Füße kriegen. Da ist er. Endlich in Sicherheit, Bruder. Ich wusste, ich würde jemanden finden, der dir hilft. Wer hätte gedacht, dass ich mich mal so freuen würde, dein hässliches Gesicht zu sehen. Gut gemacht, Bruder. Hässlich? Wann hast du zuletzt in den Spiegel geschaut? Vater hätte dich bei deinem ersten ekligen Atemzug von der Klippe schleudert sollen. Schön, dich zu sehen. Na sowas. Der Jötun, der mich überlistete. Und ihr seid Brüder? Ja. Zumindest Halbbrüder. Unser Vater war Travi, der berühmte Zwergenentdecker, der die neuen Welten bereiste. Travi und meine Mutter sind Zwerge. Er ist Halbzwerg, Halb Eisriese. Wir haben noch eine Schwester. Die ist Halbzwergin, Halbfeuerriesen. Und noch einen Halbbruder, der Halbbär ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Verstehe. Euer Vater Travi war recht. Umtriebig. Er wusste sich die Zeit zu vertreiben. Dir gebührt unser Dank, Herr Habender. Wir werden auf deine Ehrbarkeit anstoßen. Genießt eure Freiheit. Und macht keinen Ärger, Jungs. Der Spiel der Vergangenheit. Das waren noch die richtigen Handelsvertreter. Entdecker. Ah ne, war ja Entdecker. 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 Hat so manch feuchte Grotte erforscht. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Das wird alles unterirdisch sein. Hier wird verschlossen sein. Nachschlüsse hat er da unten. Er hat Gebiete erforscht, die kein Zwerg vor ihm erforscht hat. Oder gesehen hat. Er war stets bereit sich Neues anzusehen. Und wenn du jetzt runter gehen willst, ist das ein bisschen kacke. So, ich glaub das waren alle. Hier ist schon ein Sprengfass. Das wird man auf jeden Fall benötigt. Ah ne, hier unten sind ja noch mehr. Hund willst du runter? Ist der wieder zu warm auf meinem Schoß? Kann ich verstehen. Ja. 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 So im Haus selbst scheint es da keinen Abstieg zu geben, aber irgendwo hier muss äh... Irgendwie ein Gang nach unten sein. Da. Da werde ich an die andere Kiste kommen. Irgendwie wahrscheinlich. Das klingt ja nicht! Oohhhhhh. Die Flamme ist in der Nähe der Flamme. Nein! Aus! Aus! Na komm, jetzt schwelcht er nicht so, nur weil es der erste Kampf ist heute. Übrigens scheint es jetzt wirklich so, dass ich jetzt demnächst wirklich zwei Sponsorships habe. Einmal für einen Gaming-Stuhl-Hersteller, mehr kommt dazu noch. Und Razer wird in Zukunft die Hardware hier sponsern. Jedenfalls einige Produkte. Das ist nämlich alles gestern und heute so gesehen, mehr oder weniger geklärt worden. Dankeschön, Konstantin. Mal sehen, ob diese Partnerschaften sich als lukrativ entwickeln. Nein, es ist ja auch so ein bisschen... Muss man halt mal schauen. Auf jeden Fall kann ich da mit gutem Gewissen sein. Also drin sein. Moment, warum? Ist doch nicht das, was ich gedacht habe. Weil gegen Razer kann es ja nichts sagen. Lange erfahrenen Peripherie-Geräte. Aber mir fällt gerade so ein, die hatten auch angeboten, dass ich den Razer-Controller kriege, der halt so ein bisschen ist mit der Xbox 360-Controller. Aber ich hatte einfach Sorge, mich da umzugewöhnen. Und habe es dann mit dem Controller-Ding abgelehnt. Vielleicht kann man da im Nachgang doch nochmal was drehen. In letzter Zeit ärgert mich der Xbox 360-Controller nämlich, weil... Ich glaube, dass der so langsam seinen Zenit erreicht hat nach... ...5 oder 6 Jahren, wie ich den jetzt schon hier habe. Ich habe ja schon gesagt, die Tasten quietschen hier gerne mal. Das sagst du, seitdem du mit der C angefangen hast. Ne, das habe ich auch schon gesagt mit Elden Ring. Da ich manchmal das Gefühl momentan habe, dass die Tasten nicht mehr so 100% laufen. Vor allem die Bumper-Tasten hinten. Was natürlich in Kämpfen nicht so geil ist. Wenn du das Gefühl hast, dass das Feedback nicht mehr richtig ist. Das Ganze verhängt es. Das ist schwierig und wenn du das mit der Tasten hinlässt. Aber ich mag doch nichts. Du musst doch genau das... Ich zitiere mich einfach denn die Tasten nicht mehr so trabalhär. Derkaufstdaten ist ja schon... Er wird würde die Tasten nicht mehr so schnell verbunden. Wir können auch zeitlautern etwas sein. Ich muss nur noch Abaumpern machen. Das ist ein bisschen viel Spaß. Ich muss einfach nur leben. Ich muss dafür etwas haben, was meine Tasten gibt. Und ich kann das auch nicht immer wieder Ana aquariums. Ich muss alles aus. Ach, das ist jetzt wieder so eine Frage hier, ne? Juhu! Durch Abrollen, Schaden verändern beim Runterspringen. Das ist eigentlich wie Sheething in Assassin's Creed. Verdammt, ich hab vergessen, wie ihn ein Delfin macht. Jikikikikik. So, glaub ich. Und dann haben die so ein Schnattern. Ach, es war doch eher Pinguin, glaub ich. Ach, du bist nicht mehr willkommen. Ach, du bist nicht mehr. Das war's. Das war's. Da konnte die Leiche auch nicht entscheiden, ob sie tot ist. Das war's. Ich mach nur die zwei da hinten und dann geh ich wieder auf Hauptquest. Auch wenn ich denke, dass uns die Questline wahrscheinlich eh hier runterbringen würde wieder, aber... Ist halt immer so eine Sache. Da sind die beiden Sachen schon erledigt. Ist ja auch ganz nett. Wo bist du? Hier ist gar keiner. Da hinten steht irgendwie einer auf dieser Anhöhe. Kacke, ey. Wenn Questgeber in dem Spiel Zwerge sind. Da. Ist irgendjemand in 32 Metern. Na, wolltest dich wohl anschleichen, du Eisdödel. Heute nicht, Jötun. Bist du doof? Haha, Eisriese. Du täuscht mich nicht mit deiner Gestaltwandlerei. Selbst in dieser hässlichen Hülle. Stell dich mir. Ich bin kein Eisriese, du Zwerg, du. Ja, schlimmste Beleidigungen. Wir verhungern, haben Wunden durch den Sturz. Hallo Lego, grüß dich. Andere Seite. Ach, da sind Ratten. Ja, da sind die Ratten erstmal in eine Richtung lockt. Damit ich hier genug Zeit bekomme, das wegzuziehen. Ja, ich glaube, es hat damit zu tun. Komm mal her. Eine Aufladung, bitte. Komm schon mal in die Truhe hier drüben dran. Jetzt willst du uns alles nehmen, was wir haben. Brennen wir dir lieber das Eis aus dem Blut. Wenn ich dich zu fassen kriege. Boah, muss ich durchschieben. Ich habe deine Fallen bewältigt, Feigling. Nun zeig dich, sonst machst du dir den Herrn Asgards zum Feind. Ruhig bleiben. Hier ist doch was faul. Und ich bin Raidmark, König der Zwerge. Gerade wieder auferst. Und ich bin jetzt die Schaden. Geh! Was stimmt mit dir nicht? Ich bin nicht zu Tricksereien aufgelegt, obwohl ich zugeben muss, dass du mich beeindruckst. Du hast mich getäuscht, wenn auch nur für kurze Zeit. Viele versuchten das, wenigen gelang es, noch weniger überlebten, um davon zu berichten. Wer bist du, Zwerg? Benski nennt man mich. Bevor sie einfielen, war ich Künstler. Dann kam irgendwer auf die kluge Idee, ich sollte alle Zwergenzeichen malen. Und so habe ich diese leerstehende Zuflucht gefunden. Dachte, ich könnte den Eisriesen ja alles mal heimzahlen, weißt du? Zugegebenermaßen nicht gerade die wirksamste Art, sich zu rächen, aber jeder Weg beginnt mit einem ersten Schritt. Ich hätte jedenfalls nicht gedacht, dass mir ein Äsie in die Falle gehen könnte. Das war wirklich nicht meine Absicht. In die Falle gehen ist wohl leicht übertrieben, aber dennoch beachtlich. Könntest du mir dann möglicherweise einen Tipp geben? Was war die Schwäche meiner Falle? Die Ratten, ja, denen würde ich ungern erneut begegnen. Aber es waren zu wenige. Ein Rudel Wölfe wäre besser gewesen. Die machen kurzen Prozess. Ah, ja klar, ein Rudel Wölfe. Ganz leicht für ein Zwerg, die zu halten, dass ich da nicht drauf gekommen bin. Lass dich von einem dorthin jagen. Jeder Weg beginnt mit einem ersten Schritt. Du bist bei weitem nicht so trickreich wie meine vergangenen Widersacher. Du hast noch sehr viel zu lernen. Sehr hilfreich, danke. Es gab keine Schwäche. Nur war deine Beute das weiseste und gewitzteste Wesen aller neuen Welten. Und das bescheidenste? Ach, das bin ich wohl eher. Du unterschätzt deinen Feind. Denkst du im Ernst, Jötter fallen auf solche Kinderstreiche herein? Ja, buchstäblich. Du hast doch die Leichen gesehen. Sie können nicht anders. Sie sehen ein Zwerg reinspringen und zack, hinterher. Wie auch du übrigens. Ja, da ließ ich meine Neugier nicht im Zaum halten. Mehr habe ich nicht zu sagen. Aber du solltest deiner Beute in die Augen schauen. Sie wissen lassen, wer sie besiegt hat. Ja, genau. Ich begebe mich in Reichweite von jemand viel Größerem, der mich töten will. Eine wirklich hervorragende Idee. Mein Block, meine Straße, mein Beton. Hm, da ist wieder ein Zwerg gefangen. Warum hat seine Zuflucht das nicht verhindert? Lass mich doch einfach gehen! Was habe ich euch getan? Bleib weg! Lasst mich in Frieden! Bitte! Du gehörst mir! Los, wir gehen in den Abschau auf! Ja, schon Feierabend. Bomben. Ach so. Bist du versehen? Du musst in Spezialplatz. Ich werde überleben. Den Sternen sei Dank, bist du aufgetaucht, Erhabener. Ich dachte, das wäre mein Ende. Nicht der Rede wert. Für dich vielleicht. Für mich ist das einiger Rede wert. Ich wäre wie die da unten geendet. Hier. Ein Zeichen meines Danks. Hä? Ach, das war ja klar. Die haben mein Hab und Gut im Meer versenkt. Echt nicht mein Tag heute. Immerhin ist es noch ein Tag für dich. Dein Dank ist mir Lohn genug. Du kannst mich in der Greiner Hellier Zuflucht aufsuchen, wenn du es dir anders überlegst. Große Höhle. Viele Kristalle. Könnte sich wohl lohnen. Und wenn du den Verantwortlichen für dieses Blutbad suchst, schau mal im Sumpfgebiet südlich von Eitri nach. Gut zu wissen, aber ich verspreche nichts. Musst du auch nicht. Aber ich hoffe, wir sehen uns bei der Greiner Hellier Zuflucht. Gut zu wissen, wir sehen uns bei der Greiner Hellier Zuflucht. Gut zu wissen, wir sehen uns bei der Greiner Zuflucht. Das ist eigentlich inzwischen auch totaler Unsinn mit dem Attentatsschaden. Wo kommt das ganze Titan her? Machen wir erstmal für die Yuton ein Upgrade. So. Nach Norden gehe ich jetzt nicht. Dann lass uns eine Schnellreise machen. Dann gehen wir zum Quest. In Richtung Synrin. Ich muss nachher einmal kurz vom Wecker weg. Vom Rechner weg. Weil ich gerade Wäsche wasche. Freitag ist immer mein ich wasche mal alles durch Tag. Ja, auch ein Imperator muss waschen. Bei der aktuellen Haushaltslage. Ja gerade. Wenn man hier colorful будет. Also das ist auch ein Anzug. Anzug haben wir die. Anzug auf den Griff an. Anzug auf den Griff an. Anzug auf das Sprecher. Anzug auf den Griff an. Anzug auf die andere Seite. Anzug auf die Welt war. Anzug auf die Schnellreise.